Wieser ist eine Unternehmensgruppe aus dem deutschen Mittelstand. Wir sind spezialisiert im Bereich Abbruch, Erdbau, Baulogistik. Wir haben uns bei der Abbruchtechnik für Indeko entschieden, weil wir von der Qualität überzeugt sind. Beim Rückbau des Gebäudes brauche ich große Abbruchzangen, um das Gebäude zu zerkleinern. Und im späteren Teil, wenn ich zum Beispiel die Fundamente zerkleinern will, brauche ich natürlich möglichst kraftvolle Hammer. Und deshalb ist die Auswahl der Technik sicherlich auch relativ wichtig für den Erfolg der Baustelle insgesamt. Unsere komplette Produktpalette sind ausschließlich hydraulische Anbauwerkzeuge für Baumaschinen. In erster Linie, wie wir es hier auf der Baustelle auch sehen, für den Abbruch. Wichtig für uns ist es, dem Kunden nicht nur die Gerätschaften zu verkaufen. In erster Linie waren wir eine beratende Tätigkeit, die auch die Einweisung, Vorführung beinhaltet, Schulungen der Mitarbeiter bei den Kunden vor Ort auf der Baustelle, um wirklich sicherzustellen, dass sie mit unseren Produkten das bestmögliche Ergebnis erzielen können. Das Wichtigste ist an diesen Geräten, dass sie funktionieren, dass wir unsere Arbeit schnellstmöglich erledigen. Ich bin sehr zufrieden mit diesen Anbauteilen, vor allem mit dem Hammer. Der ist richtig leise und hat effektive Schlagkraft. Die Abbruchzange hat sich auch bewährt, Sortiergreifer sowieso und Service ist top. Der Erfolg der Firma Servisa hängt maßgeblich von der Stärke der Gruppe ab, aber auch der Qualität unserer Ausführung. Und damit unsere Leute vor Ort das beste Ergebnis herstellen können, sind wir natürlich darauf angewiesen und unsere Leute darauf angewiesen, ihnen auch das beste Material und das beste Zubehör für ihre Arbeiten zu geben. Ohne gute Werkzeuge kein gutes Ergebnis. Esels Untertitelung des ZDF für funk, 2017